Willkommen zurück zu einem weiteren Part von grandia. Wir haben die nebellösenden Nüsse bekommen und das bedeutet, dass wir endlich weiter können. Erstmal hier runter, zurück ins Dorf. Jetzt sind die auch wieder Monster. Ach ja, ich wollte euch ja die neue Attacke zeigen, die ich zugelernt habe. Mal gucken, ob ich da zu kommen. Klasse, die Initiative ist Feuerlöscher. Sue muss natürlich ihre Attacke erstmal aufladen. Und jetzt ein Grundumschlag und alle Monster sind fast schon tot. Ich glaube 28 SP-Punkte kostet einmal Feuerlöscher. Wobei ich finde die Attacke, also der Name ist vielleicht ein bisschen skurril. Ups, ich glaube das ist ein Hinterhalt. Ja, ist ein Hinterhalt. Ja, da wollte ich ausweichen und habe meinen Hintern entlöst. Und jetzt beißen sie mir in das selben Lieb. Oh, weiter! Super! Und den da auch noch. Ja, wir haben gewonnen! Und endlich auch wieder ein paar vernünftige Erfahrungspunkte. Nicht so blöd wie bei den Soldaten. So, hier geht es um. Und der... Och, ne... Musste das jetzt sein? Schon wieder dahinterhalb. Muss weil der Käfer unbedingt... Stress will! Ja, es gibt solche Käfer. Die wollen unbedingt aufs Maul! Da wollte ich sie verschonen, weil ich... Was ist es? Das Zauberlok? Ich bin da nicht immune gegen, weil ich irgendwie eine Wissung habe, die das verhindert. Hier sind wir so nah, oh ne! Rausdauen! ja so braucht noch knapp 600 bis zum nächsten so hier geht es wieder zum dorf erst mal heile machen nochmal speichern hier geht es weiter nebelwald ein wahrer irgab ist das ok das wäre dann der zeitpunkt um die nebelnöse nüsse zu probieren es klappt der nebel ist weg so gehts Justin oder soll ich sagen so nebel lösen und los gehts hey keine frage wir zwei lasst uns gehen so schauen wir mal auf die karte ja das ist wie üblich garten mäßig ich habe eigentlich eine ganz gute karte im kopf hier haben wir ein paar viecher beziehungsweise ich habe eigentlich einen ziemlich guten orientierungssinn hier ja das wirkt doch ganz ordentlich besonders die nebelpeitsche die wir bekommen haben am gipfel die wird uns sehr nützlich sein gegen nebelmonster da vorguation ist hat ich habe die 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 das klapp 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 ja, Feuerstufe höher und hier noch ein bisschen Holzhacker Justin mit seinen geilen Axting Mörderteil ich bin mal gespannt, wie lange ich hier drin mich aufhalten werde, bis ich die Mauer erreiche Dich mach ich kalt Klapp Ah, da wird normal nur Attacken drauf gehauen Hoho, One-Hit Haha, ist ja geil Justin, unser Held hier ein One-Hit nach dem anderen Jaja, die Axt ist schon geil Kann man nicht anders sagen Ist ja geil nur Jaja gut der r Oh, oh. Da ist er will man. Oh, fuck. Oh, das ist mir nicht mehr so kassiert. Das gefällt mir nicht. Fuckin! Ich mach euch kalt! Fischer! Wo läufst du denn hinzu? 2.000. Vielleicht noch 1-2 Kämpfe, dann hat Sue auch ein Lender. Oh, schnell heilen! So, das ist jetzt kein Hinterhalt mehr. Das heißt, wir haben auch Chancen nicht gleich getroffen zu werden. Zuerst mal die hier vorne. Fieder immer noch da hinten. Und der wurde auch gekillt, hoffe ich. Ja! Wurst du höher und da ist viel gekillt. Und kein Heuler hier. Tja, Fisch! Habt da Peche habt! Du sagst es! Ja! Ja, noch ein Kampf und unsere Sue hat Level 11. Aber hier war glaube ich noch eine Gruppe Viecher. Nicht? Sollte ich mich da getäuscht haben? Muss ich wohl. So. Ah, jetzt. Heeltwang oder so? So, einmal umgeschönt. Boah, sieht ja voll irgabendmäßig aus. Ach, das ist ja ein bisschen Kraut. So mega Dunst. Die haben auch Titel für ihre Monster. Und du gehst auf den da los. Oh, er ist tot. Armer Geist. Hohe Frieden. Ja! So, ist ein Level abgekommen. Schön. Wie auch. Warte, ich bin ja so Muster weg. Und der Pferd ist alles weg. Okay, dass das so gut ist. Ich weiß, dass halt mal so gut ist. Du bist ja gut. Wie auch auf diese Muster weggekommen. Das ist schon so großartig. Untertitelung des ZDF, 2020